hallo und herzlich willkommen bei Virtusius in einer neuen Folge Conan Exils. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Unser Haus ist wächst und gedeiht, ihr seht es, ihr seht es. Guck mal, jetzt haben wir hier oben das Schlafzimmer, die Wandteppiche mit dem Leder, was wir eigentlich gar nicht haben durften. Lustig. Und ja, da drüben unsere Werk, unser Werkhaus mit dem Lager und so weiter und so fort. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Denn mir ist aufgefallen, klar, es ist immer noch nicht hell, weil wir noch ohne Ende Knochen brauchen, aber auch hier draußen wäre vielleicht ein Fackelweg nicht verkehrt, nämlich dieser hier. Ist ja nicht so teuer, wenn man nicht die Kohle dafür opfern müsste, aber wir haben ja eigentlich genug Kohle. Da kann ich auch ein paar Fackeln opfern. Ich habe jetzt aber nicht genug Holzstückchen dabei, aber hier haben wir noch einen ganzen Batzen. Deswegen werden wir jetzt mal hier richtig reinhauen und 20 Stück herstellen. Können wir hier das Schwert mal reparieren. Geht ja mal gar nicht. So. Und solange der macht und tut, laufen wir mal ganz gechillt hier hinten hin. Was brauchen wir denn eigentlich gleich für die hier? Brauchen wir da noch extra was? Wenn nur noch wieder Holzstücke, aber die haben wir ja. Aber wir können ja unterwegs ein bisschen was einsammeln. Mal gucken. Jetzt ist immer noch alles leer. Ah, nicht. Wo hieß es eigentlich? Da werden zwar mehr als genug Holz, äh, Fleisch. Ja, wie gesagt, wir wollen auch die XP hochtreiben. Ähm, wir wollen, wir wollen vorankommen. Das ist es einfach. Wie gesagt, ich finde immer noch, sammeln, alles schön und gut. Aber dadurch sollte man nicht so viel XP kriegen. Weil sonst kannst du ja hier quasi wirklich als mit nix tun durchfrettern. Hey. Ich glaube, dir hackt es. Da wollen wir uns noch mal einen ran. Gut, dass wir ihn nicht getroffen haben. Wo musst du denn jetzt auf einmal her? Weil Schwer doch gleich da unten ist. Und unsere Austausch, naja, geht noch. Aber ich bau mir lieber ein bisschen ab. Sollte man immer im Petto behalten. Im Auge. So. War ja nicht noch einer? Da ist er. Komm zu Daddy. Da fehlen uns noch einige Knochen. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Ich dachte, die hier nebenbei einsammeln. So viele haben wir ja nicht. Doch, wir haben schon einige, aber... So. So ein Wüstbonus auch nice. Ich will keine Tiere, ich will kein Fleisch, ich will Knochen. Ja, ist noch nicht durch. So kurz mal hier... Oh, Wasser könnte man demnächst auch gebrauchen. Essen? Ja, ich habe jetzt alles Essen... ...da drüben gelassen. Das will ich das hier alles schön mitnehmen. Da kommt man schnell... Man kommt, wenn man Müll schnell zu Dings. Immer in die Fresse. Immer in die Fresse. Also wir sind auf jeden Fall... ...besser und stärker als das letzte Mal. In der ersten Welt. Das sind vielleicht zu viele. Dieser Wechsel dauert auch noch ewig. In drei Tage. Vielleicht realistisch. Bogen wegpacken, Schwert rausziehen. Aber... Wo habe ich dich denn angewählt? Da ist noch mal ein Nashorn. Ist vielleicht jetzt... Ne, ist kein Nashorn. Oh shit. Oh Gott. Und sie sind angeschlagen. Na, ver... Entschuldigung. Jetzt hat der Shier gemacht. Achso, ne. Das war mein Text von vorhin. Ich so, hä? Was war da? Ja, schade. Jetzt haben wir die nur gekillt. Haben die XP abgezogen. Aber... Sind wahrscheinlich selber nicht... ...mehr in der Lage, die zu plündern. Einten. Ja, komm. Wo ist unsere Leiche? Nein. Ich habe keine Energie. Nein. Ach, Manu. Falsche Richtung. Gott sei Dank verlieren wir keine Energie. Ich könnte natürlich auch so sagen, alles was wir gesammelt haben, behalten wir. Könnte ich an den Server-Einstellungen so eingehen. Möchte ich aber gar nicht. Wo liegen wir? Da liegen wir. Vorsichtig. Da liegt auch ein Arm, ein Bein. So, komm schnell. Braun gebrannt, wie wir sind. Wo ist das Schwert? So, und weil wir den gerade schon mal haben. Das sind eindeutig zu viele auf einem Flick. Kann die unter den Rock gucken. So, sind wir natürlich hier, dass wir auch mal wieder aufholen. Die Knochen, die wir hier versammelt haben. Komm. Ja. Das wäre natürlich auch noch geil, wenn man sich so ein Haustier fangen könnte. Jetzt will ich aber die XP voll haben, wo ich schon mal hier bin. Hm, Aloe Vera. Mist. Ich bin mal mit. Ah, aber egal. Das ist mir wert. Komm her. So. Das könnt ihr mich alle mal. So. Immer noch kein XP hoch. Kurz mal hier wieder Ausdauer auffahren. Jawoll. Läuft doch. Nochmal hier so ein Totenkopf. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich muss kurz warten. Ja, geil. Ganz smooth. Ist ja nicht so, dass wir dadurch danach fertig sind mit Skillen. Deswegen tut mir das jetzt nicht so weh, wenn ich jetzt hier Zeit verschwende. Also was ist Zeit verschwende? Wenn ich die Zeit dafür opfere. Ja, solange ich nicht wieder verrecke. Ist alles jetzt so ein bisschen vertan hier. Ah, direkt mal wieder ein Eisen mitgenommen. Sehr schön. Dafür ist es ja gut. passt die knochen haben war das stein der stadt stein fehlt uns dazu kommt nehmen wir noch mit zu langen laufen können so volle punktzahl coole sache nein mal den hier mal getränke haben jetzt nicht mehr am start würde ich sagen lagern wir das erst mal ein oder kommen wir gehen erst mal was trinken erst mal getränke besorgen da ja cool die position ist hier ein bisschen blöd aber ist ja auch sicher bis zu einem gewissen grad wie weit bist du denn eigentlich schon eine halbe zuflucht hier der ist bald durch ne vielleicht hat er ja ohne ende kann ja auch mal hier lassen so hier fehlt holz es wird ja alles so oder so schlecht zack hier mal ein bisschen hoch einer fehlt die eine war ja sowieso meine wo fangen wir denn an hier erst mal mit dem gehörner rein ich lass mal hier nepp du mich so hier kann nicht jeder zu einem fleisch vor rat so bevor wir jetzt hier aber erst mal rum eiern jetzt gucken wir mal also ich hatte gesagt ich brauche auf jeden fall bestimmt die maximal gesundheit bewegung stärke nahkampf totalität maximal stehvermögen ausdauer habe ich gesagt durch hoch haben so mehr geht nicht rezepte jetzt wird es kompliziert ich habe ja gesagt ich werde das hier brauchen ich werde den brauchen als könnte ich mir hier nochmal ein anderes banner machen eine Sitzbank was auch immer das ist ein spieß dieser spieß kann mit verschiedenen schädeln verziert werden oder hier so ein ding ein mächtiges kriegsschorn auf einem rahmen aus holz ne komm ich will erstmal ein schlafzimmer haben so hierfür alter schwede haben wir aber alles da denke ich aber noch nicht was sagt der Tacho wir haben noch Zeit erstmal beleuchten wir die Brücke erstmal beleuchten wir die Brücke da so das muss hier 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 7 8 7 9 9 9 10 12 12 14 15 15 15 15 15 15 Geht's oben drauf? Nö, natürlich nicht. Komisch. Na ja, lassen wir den erstmal außen vor. Ich hab jetzt noch fünf. Erstmal die Außenseiten. Innen sollte ja hell genug sein. Mir fehlen uns nur noch vier. Der hier nicht will verschlafen. Kommst du so. Dann steht das schon mal. Ist ja schon mal gut. Dann machen wir hier jetzt Päuschen. Das Ding ist hellbeleuchtet. Ich warte noch ein bisschen, bis das dunkel wird. Dann mache ich einen Foto. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir ein Däumchen da. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auch um die Lederei. Also, bleib dran. Also, schalte wieder ein. Bis dahin. E aí Jahrhundert. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020